Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder mal für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren und heute zugeschaltet haben. Auch an dieser Stelle einen lieben Gruß an unsere Abonnenten, die ja jetzt doch steigen und das finden wir richtig super toll. Also das ist sozusagen ein Lob für unsere Arbeit oder eine Anerkennung über all die Jahre, dass wir dann doch über eine wachsende Zahl von Abonnenten haben. Und das ist toll. Heute zu unserem Thema, warum sollte ich oder warum sollten Kinder Wechselschuhe haben? Wenn ja, wie viele? Und warum sollte ich überhaupt Schuhe wechseln? Und dann sage ich immer wieder, fangen wir doch gleich mal an. Wie ihr seht, habe ich hier mal so eine kleine Palette der Auswahl, die man jetzt sozusagen vom Frühling, Sommer, Herbst bis zum Herbst sozusagen tragen würde. Das fängt also an bei den normal geschlossenen Schuhen in unterschiedlichen Schafthöhen. Das ist der Turnschuh und das sind auch die halboffenen oder die ganz offenen Modelle. Nun werden wir natürlich auch sehr oft gefragt, ob man denn einen Wechselschuh braucht. Also ich sage es mal so, kommt immer auf die Altersgruppe mit drauf an, aber ich sage mal gerade für einen Laufanfänger, da sage ich immer so, die ersten zwei, drei Jahre, Da brauche ich jetzt nicht unbedingt zweimal denselben Schuhtyp. Also wenn ich jetzt von einem Schuhtyp rede, also wenn ich jetzt zweimal einen geschlossenen Schuh habe, dann würde ich jetzt ungern sagen, nehmen Sie den einen Tag täglich und den anderen heben Sie auf für sonntags, wenn Sie weggehen. Das ist eigentlich Quatsch, macht auch keiner mehr. Und demzufolge ist es eigentlich auch Nonsens, wenn man sich jetzt ein gewisses Level bei der Qualität leistet, dass man auch sagt, jawohl, mir reicht sozusagen ein geschlossener Schuh für die Zeit, wo mein Kind das trägt. Dann braucht das Kind aber trotzdem einen sogenannten Wechselschuh sein und das kann aber auch mal ein Modell sein, was dann eben halt ein bisschen offener gehalten ist und wo ich dann sozusagen auf die unterschiedlichen Temperaturen eingehen kann. Ich muss auch sagen, in der letzten Zeit, es war ja nur wirklich sehr warm gewesen und dann kommen doch Eltern die letzten Tage zu mir ins Geschäft und das Kind trägt bei 30 Grad einen geschlossenen Schuh. Ich muss sagen, mir tut es immer in der Seele weh. Es ist bloß schade, dass Kinder sich nicht in der Richtung dann artikulieren können und sagen können, hey Papa, hey Mama, guck mal, Füße sind warm. Ich merke es halt bloß als Elternteil, wenn ich die Schuhe dann ausziehe. Zur Not werden auch die geschlossenen Schuhe teilweise barfuß angezogen, um die Socke zu sparen, damit das Kind nicht so dolle schwitzt. Wo ich dann aber sage, bringt jetzt nicht viel, weil der Hauptteil des Fußes, der eigentlich schwitzt, das ist ja auch immer der Fußrücken und die Fußsohle. Die schwitzen halt, wenn die Oberfläche geschlossen ist, wenn die auch noch anliegt, so wie ja auch ein Schuh anliegen sollte. Macht ja auch alles Sinn, aber der geschlossene Schuh bei 30 Grad, muss ich immer sagen, das tut mir immer in der Seele weh. Wenn wir reden über schwitzen, können sich das die meisten immer gar nicht vorstellen. Und deswegen, ich möchte nicht mit euch jetzt anstoßen, sondern ich zeige euch mal, was Kinder Füße an Feuchtigkeit aufbringen können. Und dann ist das nämlich durchaus in diesem Mengenbereich. Wenn also ein Kind einen ganzen Tag so einen Schuh trägt, das Leder ist feucht. Das braucht dann also auch mindestens 24 Stunden, um auszutrocknen. Das heißt also, das Kind schlüpft am nächsten Morgen immer noch in einen Schuh, der nicht abgetrocknet ist und der noch innen feucht ist. Ich weiß nicht, ob wir uns Erwachsene da wohlfühlen würden, aber mit vielen Kindern wird es halt zugemutet. Finde ich immer eine ganz schlimme Sache. Wir versuchen dann immer noch mit zu fragen, oder ich frage dann immer, habt ihr noch einen zweiten Schuh? Habt ihr noch mal einen zum Wechseln mit da? Das ist nicht der, der alleinige Schuh ist. Natürlich wird dann im Verkaufsgespräch dann immer gesagt, jawohl, wir haben einen. Aber dann sage ich mir immer wieder, warum habt ihr den dann heute nicht an? Den anderen, luftigeren Schuh bei 30 Grad und höher. Also, deswegen ist es wichtig, wie schon eingangs gesagt, es muss nicht zwingendermaßen zweimal der gleiche Schuhtyp sein, sondern einfach nur ein bisschen was anderes. Also, wenn ich sage, ich habe einen halb hohen und ich habe so etwas halb offenes, reicht voll und ganz. Weil diesen Schuh kann ich barfuß anziehen bei höheren Temperaturen und ich kann ihn aber auch mit dem Söckchen ziehen bis in den 12, 13, 14 Grad Bereich. Je nachdem, wie frostempfindlich ist es ja bei den Temperaturen, aber wie kälteempfindlich sozusagen mein Kind ist. Für höhere Temperaturen würde ich generell immer ein luftigeres Modell empfehlen. Sei es jetzt so eine ausgesprochene Sandale, wie wir es hier mal in so einer kleinen süßen 20 haben. Oder dann die immer noch mit dem Fersensteg oder mit der Fersenkappe, diese Halbsandale, die auch sehr gerne und oft bis Größe 30 und 31 produziert wird. Ganz einfach, um manchen Kinderfüßen mehr Hals zu geben. Dass es den Fuß nicht immer unbedingt braucht, zeigt ja auch schon dieses Modell, dieses Wunderbare, hier von Däumling, der eine so exzellente Passform auch an einem schlanken Fersenbein mit hat, wo ich jedes Mal immer wieder begeistert bin. Auch beim Turnschuh, bei dem viel geliebten Sneaker, bitte liebe Eltern, achtet darauf, dass diese Schuhe nicht jeden Tag getragen werden. Und da nehme ich auch sozusagen diesen stofflichen Schuh, diesen Segelschuh aus Baumwolle, nehme ich da auch nicht aus. Auch der braucht, weil er dieses dünnere Material hat, doch eine gewisse Zeit, ehe er wirklich wieder richtig abgetrocknet ist. Und auch diese Schuhe, bitte sollten Ihren einen Ruhetag nach dem Tragen bitte haben. Tut es den Kinderfüßen zuliebe, sie werden es euch danken, so nach dem Motto. Und deswegen unterschätzt das Schwitzen der Kinderfüße nicht. Da kommt viel zusammen im Laufe eines Tages, bei dem anderen weniger, bei dem anderen mehr. Und deswegen mein Appell an euch, vergesst den Wechselschuh nicht. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.